hallo meine lieben ja ich habe noch mal hier ein paketchen und zwar von meinem besten freund habe ich noch eine geburtstagspost nachträglich bekommen und da schauen wir gleich mal gemeinsam rein ich habe schon mal kurz rein gelugt wundert euch nicht es sind auch als essenssachen drin das hat aber einen grund so und zwar war er wieder für mich im action shoppen und habe mir noch mal ein paar von diesen blümchen hier besorgt ja die kann man nie genug haben ich finde die auch total schön dann hat er mir hier zwei von diesen hier besorgt finde ich auch total schön hat er mir auch gar nicht gezeigt vorher aber ist ja auch ein bisschen geburtstagsüberraschungspost da muss man ja auch nicht alles vorher sehen dann diese glitzersteinchen hier von diesen blumen hat er mir ganz viele verschiedene besorgt dreimal von dieser farbe ja sehr sehr schön da habe ich diese hier bekommen das sind glaube ich immer die gleichen ja dann zeige ich sie einmal kurz zwischendrin so dunkelrosa rosen in verschiedenen größen auch sehr schön habe ich auch noch ganz gar nicht gesehen beim action habe ich diese hier in grün auch tolle farben dabei und von den lilanen ach guck mal hier haben sich doch noch welche versteckt von den lilanen drei also lila und rosa und von denen hatte er nämlich doch drei und von denen auch drei da haben sich hier noch zwei versteckt dann hat er mir nochmal die karts besorgt und zwar habe ich die schon aber ich dachte mir vielleicht für ein tauschpäckchen oder wenn jemand von euch da interesse hat an den die karts weil ihr die nicht bekommen habt also ich habe sie doppelt alle und die wären quasi alle zum tauschen oder ich nehme sie irgendwann für eine verlosung mal schauen soja was hat es auf sich mit diesen essen sachen und zwar kommt er eigentlich aus afghanistan und seine eltern die schicken ihm manchmal aus afghanistan solche leckereien das hier zum beispiel sind getrocknete wassermelonen kerne und ich weiß gar nicht ob ihr das sehen könnt ich hole die gerade mal ein bisschen raus also ihr erinnert euch vielleicht wie groß unsere wassermelonen kerne so sind und jetzt guckt euch mal an was die da für kracher haben ja und die werden halt getrocknet und geröstet und dann gesalzen und die schmecken mega lecker die schale ist aber auch knacken hart also die sind nicht so leicht zu knacken dann hat er mir hier solche richtig dunklen rosinen mit geschickt die sind auch richtig richtig lecker die sind sehr sehr süß und ja die sind noch so kann ich schlecht beschreiben aber die sind auf jeden fall sehr sehr lecker und pistazien haben wir bei uns auch geröstet und gesalzen die schmecken aber noch mal ein bisschen anders die machen da noch irgendwas mit dran dass das noch so ein bisschen säuerlich schmeckt also ich mag sowas total gerne diese ganzen sachen ist natürlich auch immer geschmackssache ja und da hat er mir auch noch mal so ein riesen teil mit geschickt ich sehe hier schon wieder was da muss ich lachen weil ihr wisst ja dass ich das schon habe und das habe ich mit ihm zusammen gekauft das hat er wohl vergessen aber das macht nichts also auch das hier ihr wisst ja dass ich das jetzt schon zweimal habe ich habe es mir einmal selbst gekauft einmal hatte ich es in einer tausch post und hier ist es noch einmal komplett verschlossen also auch das wer da interesse hat das gerne haben möchte ansonsten kommt es irgendwann mit in eine verlosung so und hier hat er mir noch so ein heftchen mitgenommen und zwar sind das auch immer so ausstanzungen für karten die dann eben schon so vorgefertigt sind da sind ganz süße sachen dabei und alles so ein bisschen holzoptik und so das mag ich ja sehr gerne ein bisschen kork ja und da kann man natürlich süße karten draus machen hier hinten sind einmal die ganzen motive die da so sind oder wie die karten dann am ende aussehen könnten ja fand ich sehr sehr süß ja ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir vielen vielen dank dass du immer an mich denkst und immer für mich einkaufen gehst und ja natürlich auch vielen dank für die leckeren sachen du weißt dass ich die liebe und ja du weißt ja die werde ich mir wieder sehr lange aufheben also die futter ich nicht so schnell die hebe ich mir immer ganz lange auf so ich pack die sachen alle wieder zurück und sortiere mir die gleich alle ein wie gesagt wer interesse hat darf sich gerne in den kommentaren melden oder eben auch für eine tausch post ich habe auch noch viele andere sachen für tausch post und ansonsten wird es irgendwann eine große verlosung geben wo ihr ja dann was machen müsst ich vielleicht mache ich es auch mal so dass ich oben in die infobox da eine umfrage mache was euch lieber ist tausch päckchen videos oder verlosung aber eine verlosung wo ihr wirklich etwas machen müsst also jetzt nicht irgendeine verlosung mit wir schreiben ein kommentar und dann war es das sondern wirklich aktiv genau ihr lieben so das war's für heute ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut tschüss